so hallo ich habe gesagt ich berichte wie mein testergebnis war mein pcr test und ich muss sagen ist nicht gut ausgefallen meine quarantäne wurde quasi um zehn tage verlängert hier kann man mal sehen wie doch recht unzuverlässig diese schnelltests sind im letzten video haben wir gesehen dass man schnelltest negativ war und der pcr test positiv mein ct wert liegt bei 22 für alle die nicht wissen was der ct wert ist der beschreibt quasi in wie viel wiederholungszyklen sich dieser virus vervielfältigen lässt oder ab wann er zum vorschein kommt im labor selber dann das heißt man nimmt ja nur eine kleine probe ab im rachen die laste wir in das relativ gering und im labor wird es dann vervielfältigt und bei mir hat es halt 22 mal gebraucht oder 22 wiederhol zyklen oder verdoppelungs zyklen sagen wir so um den virus darzustellen ja man sagt ab einer wiederholung von 30 oder alles über 30 ist so gering dass man ja nicht mehr von der infektion ausgehen muss man muss aber auch ganz klar sagen man kann mit dem test nicht nachvollziehen ob man noch ansteckend ist oder nicht weil auch tote zellen also die mit dem virus betroffen sind quasi damit erfasst werden nichtsdestotrotz 22 ist immer noch ja hoch bis mittel sag ich mal von der konzentration her von der menge bei meinem ersten abstrich war meine viren last sehr hoch sogar der lager unter 20 und so in dem bereich spricht man von der hohen mittleren ungefähr viren last aus das heißt die wahrscheinlichkeit dass ich noch infektiös bin ist jetzt gar nicht so gering ja zu meiner gesundheitlichen situation hat sich nichts verändert riechen geht immer noch nicht ansonsten habe ich erstmal keine symptome und für heute habe ich ein thema rausgesucht wo ich ein bisschen aufpassen muss dass ich da nicht zu emotional wert ja weil ich mich da schon ein bisschen reinsteiger muss ich sagen ja weil es auf der einen seite sehr unverständlich ist und mich irgendwo nervt und mir keiner eine klare aussage dazu geben kann warum denn das so ist ja und das thema geht darum warum ich jetzt noch mal diesen pcr test machen musste vom gesundheitsamt aus laut denen ihrer aussage ist es so weil ich im gesundheitssystem arbeite musste ich nach zehn tagen noch mal einen pcr test machen jemand der nicht im gesundheitssystem arbeitet muss diesen zweiten pcr test nicht machen das heißt der ist nach zehn tagen quarantäne ohne symptome nach zwei tage lang ohne symptome auch darf der wieder raus so wie auch in meinem bekannten kreis mehrere leute das schon zu durchlaufen haben jetzt stelle ich mir aber die frage warum muss ich denn noch mal ein machen mit welchem hintergrund verstehe ich nicht ja also ich verstehe es wirklich nicht warum ich noch mal zehn tage jetzt in quarantäne sein im endeffekt ist es ja so die lassen personen die definitiv positiv waren mit symptomen nach zehn tagen wieder raus und ja ohne einen test bei denen mit sicherheit die virenlast auch noch so hoch ist wie bei mir und man nicht ausschließen kann weder ob sie noch infektiös ist oder nicht im endeffekt laufen da draußen unendlich viele zeitbomben rum wahrscheinlich auch infektiöse personen die normal arbeiten gehen die einkaufen gehen die was weiß ich machen und aber auf der anderen seite jetzt wieder ganz aktuell kommt in den nachrichten die ganze zeit wir wissen nicht warum die zahlen nicht runtergehen wir wissen nicht es immer wieder so viele neue infektionen gibt wir sprechen von ja wir sprechen von einem noch härteren lockdown jetzt ja mit allgemeinen ausgangssperren mit mit einstellen des öffentlichen nah und fernverkehrs und so weiter und so fort ja ich meine zimmer mal ehrlich auf die paar gesundheitshansaler die es gibt in deutschland bei über 80 millionen einwohnern die wir haben kommt es doch jetzt auf uns auch nicht an da können sie mich jetzt oder andere personen die dem gesundheitswesen arbeiten die können sie auch noch zehn tagen rauslassen weil das macht die suppe dann nicht mehr fett der hintergrund ist wohl der so inoffiziell dass man halt das gesundheitsamt entlasten will und die da nicht hinterher kommen ja aber dann brauchen wir uns nicht wundern dass die zahlen nicht runtergehen wenn wir leute nach zehn tagen automatisch einfach aus der quarantäne entlassen ja vielleicht liege ich da auch völlig verkehrt oder ich übersehe was oder ich habe irgendwas nicht ganz verstanden ich weiß es nicht wenn einer alles besser weiß oder meint eine erklärung dafür zu haben darf es gerne in die kommentare schreiben oder mich anschreiben ja dann werde ich noch mal ein video machen und das noch mal berichtigen überhaupt keine frage aber aktuell verstehe ich die situation so nicht ich weiß auch gerade gar nicht was ich dazu sagen soll das stößt bei mir einfach auf massive unverständnis und wir machen hier rum mit 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 maskenpflicht und und jetzt alle ffp2 masken tragen was ja alles schön und gut ist bin ich ja voll dafür ist überhaupt kein problem stört mich nicht aber warum dann sowas warum das lediglich um das gesundheitsamt zu entlasten ja das mag sein aber es kann ja nicht so schwer sein einfach von jedem zu verlangen noch mal einen pcr test zu machen ist der positiv bleibt daheim das kann doch jetzt nicht der riesen aufwand für fürs gesundheitsamt zu sein ja ich meine mich ruft normalerweise ist die aufgabe vom gesundheitsamt ja dass die jeden tag anrufen müssten und nachfragen müssten wie es mir geht und so weiter ist ja bei mir auch nicht der fall die haben mich bei der ersten quarantäne zweimal angerufen und habe ich jetzt gestern noch mal angerufen und seitdem auch sind zwei tage vergangen aber heute dritte tage zeugt auch noch keiner angerufen machen sie eh nicht mit der wo ich vor zwei tagen das telefoniert habe man die kann nichts dafür ich war auch ganz nett zu deren und habe einfach nur mal mit der drüber geredet ich habe die einfach mal gefragt warum ich jetzt auch so wie jetzt hier auch warum ich noch mal in quarantäne muss warum ich noch mal diesen pcr test machen muss wenn andere einfach rausgehen dürfen nach zehn tagen und das doch völliger schwachsinn ist und da kam halt von ihrer außer jahr dass sie halt jetzt der falsche ansprechpartner ist und sie kann da auch nichts machen ja super aussage und ich finde auch in den medien hat man darüber noch nie was gehört es wird über so viel diskutiert und da stecken sich welche an und irgendwo daheim und beim einkaufen und 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 in der arbeit können sich welche anstecken und so weiter aber dass leute grundsätzlich die nicht im medizinischen bereich arbeiten nach zehn tagen einfach entlassen werden darüber redet keiner und keiner kann bestätigen ob diese person jetzt im moment noch infektiös sind oder nicht man kann davon ausgehen dass wenn der ct wert wo der auch nicht hundertprozentig aussagekräftig ist ob man jemand infektiös ist aber man kann davon ausgehen dass wenn du über 30 ist dass man sagt okay man ist nicht mehr infiziert somit auch nicht mehr ansteckend aber einfach im unwissen jemand einfach rauslassen das doch das der größte fehler den wir machen können naja egal ist so wie es ist wie gesagt noch mal zehn tage quarantäne für mich ist die läuft dann auch so weiter ist der wert immer noch unter unter 30 muss ich noch mal fünf tage in quarantäne und wäre er dann immer noch positiv nach fünf tagen dann würde auch ich aus der quarantäne entlassen werden weil es dann plötzlich egal ist ja muss man nicht verstehen ist vielleicht weiß es einer von euch besser darf gerne in die kommentare geschrieben werden ich würde mich auch freuen wenn wir das video einfach mal teilen und da mal ein paar menschen ja das einfach mal zu sehen vielleicht erreicht es ja den ein oder anderen der darüber mal nachdenkt und da vielleicht irgendeine entscheidungskraft hat aber es aus meiner aus meiner persönlichen sicht her ist ja das das dümmste was wir machen können ich wünsche euch alles gute noch und bleibt gesund und bis zum nächsten mal ihr hört von mir tschau